Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Asrit von Pilatesart. Heute möchte ich dir ganz kurz einen Input geben zum Thema Fersensporn, weil man dort einfach sehr einfach etwas machen kann. Aber ich möchte dir zuerst erklären, wie eigentlich ein Fersensporn entsteht. Und für das habe ich hier das Experiment dabei, nämlich mein Skelett. Jetzt hoffe ich, ich kann das gut zeigen. Das ist nämlich der Fuss. Du siehst, da vorne sind die Zechen. Und dann da ist das Fussgewölb, da hinten, das ist die Fersen. Und jetzt ist das so, dass es eine Faszie hat, eine Plantar-Faszie. Ich werde schnell schauen. Die geht da unten durch, wo es Teraband ist. Genau. Und die geht dann auch weiter. Jetzt, da geht schnell schauen. Genau so. Und jetzt ist es so, dass die Faszie zu viel Spannung hat. Also die ist immer unter Vollzug. Und der Vollzug, der macht da im Fersen Ablagerungen. Und die Ablagerungen, die spürt man meistens noch nicht. Sondern erst nachher, wenn die Ablagerungen dann entzündet. Und weil du zu viel Zug hast, passiert das eigentlich. Also passiert das. Und darum ist das Ziel, dass wir den Zug lösen von dieser Plantar-Faszie. Von dieser Fuss-Faszie. Und das kann man ganz mit einer einfachen Übung. Und zwar, wenn du einen Tennis-Ball hast, oder wie ich so einen Faszie-Ball, platzierst du den auf den Manten, oder musst du ihn halt auf dem Boden, und rollst. Und du rollst einfach über den ganzen Fuss, weil du hast jetzt gesehen, die Faszie geht wieder über den ganzen Fuss. Und du kannst auch hier spielen, du kannst einmal festen Druck geben, dann gehst du tiefer hinein. Und du kannst sanfter Druck geben, dann bist du bei der oberflächlichen Faszie. Und das ist wirklich etwas, wo du sehr gut kannst, dem Fersensport mitgegenwirken. Mach es beidseitig auf jeden Fall. Es ist aber etwas, was dir sicher auch noch Zeit geben muss. Länge musst du dran sein, und das wie als Alltagsritual, jeden Morgen einbauen, z.B. beim Zähnputzen. Ich würde es gleich so verlinken, dass du es nicht vergisst. Als Zusatz gibt es auch die Variante, dass du absitzt und du hast die Sechen aufgestellt, und du sitzt dann hinten ab. Und dann dehnt es dir auch die Plantarfaszie auf, die Fussfaszie. Und da bleibst du einen Moment. Oft ist es für die Leute sehr schmerzhaft. Also du dich so ein wenig daran antastest, also du machst es zuerst wirklich mit dem Ball. Und das so einfach als Zusatz. Und das sind zwei simple Sachen, die ich finde, sich total gut in den Alltag integrieren lassen. Und du kannst mich einfach ganz viel bewirken. Also ich hoffe, du probierst es aus. Du kannst mir gerne schreiben, wie es für dich ist. Und dann kannst du dir die Familie kommen. Bis zum nächsten Mal.